So, da sind wir wieder für die Rückrunde meines kleinen Mini-Matches gegen Großmeister Niklas Huschenbeet, der am anderen Ende der Leitung seine Partie ebenfalls kommentieren wird. Und wir gehen einfach mal zurück da, wo wir gerade aufgehört haben und nehmen seine Herausforderung an. Und diesmal werde ich schwarz haben und Niklas eben weiß und mal gucken, ob ich mich jetzt rächen kann für die bittere, schmerzhafte Niederlage, die er mir gerade beigebracht hat. So Niklas, jetzt musst du noch ziehen. E4. E6, französisch, auch eine meiner Lieblingseröffnungen. Ich habe sogar mich ganz, ganz kurz vorbereitet auf unser kleines Mini-Match, zumindest mit schwarz, denn Niklas hat für uns eine sehr schöne Öffnungsserie gemacht, eine Videoserie, wo er sein gesamtes Weißrepertoire zum Besten gibt. Und da habe ich gesehen, dass er gegen meine Leib- und Magenvariante drittens Springer C6 diese Variante spielt. Und ich glaube, C4 ist eben, 6 und C4 ist nicht der kritische Zug. Es gibt andere Möglichkeiten, die für schwarz etwas furchterregender sein sollten. Deswegen dachte ich, das sollte hier relativ bequem sein. Die Stellung ist natürlich trotzdem sehr kampfreich und durchaus eine Stellung, die dem Niklas auch gut liegen könnte, denn sie ist relativ offen. Und in offenen Stellungen kann natürlich Niklas als ausgesprochener Angriffsspieler seine Trümpfe am besten ausspielen. Und jetzt habe ich hier so ein kleines Tempo gewonnen, in dem ich gewartet habe, bis der Läufer zieht und dann auf C4 abgetauscht habe. Mein Läufer, den chronisch kranken Läufer auf C8, den französischen Läufer, habe ich hier über C6 ins Spiel gebracht. Und das ist sicherlich auch einer der Vorteile, beziehungsweise einer der Nachteile dieser Variante mit C4 von Weiß, dass dieser doch häufig sehr schwache Läufer in diesem Fall sehr gut ins Spiel kommt. Er wird jetzt wahrscheinlich den Läufer nicht abtauschen, sondern nach D3 zurückziehen und mich versuchen, irgendwann auf H7 matt zu setzen. Aber ob das gelingen wird, das wage ich ja mal zu bezweifeln. Ich könnte jetzt nach F5 oder G6 meinen Springer entwickeln und dann meinen Königsflügel weiterentwickeln. Und es spricht ja auch eigentlich nichts gegen Springer F5. Wobei der könnte dann, ja, machen wir mal ein bisschen Druck da. Der könnte natürlich schlagen, aber dann hat mein Läufer auf D5 natürlich keinen Widersacher. Und auf einmal wird der schwache französische Läufer zum Monster. Das wäre also nicht so schlimm. Meine nächsten Züge sind Läufer E7 und kurz Ruhad und dann werde ich versuchen, vielleicht mit Dame D7, Turm D8 ein bisschen Druck gegen D4 auszuüben. Ich könnte das auch gleich überlegen. Läufer schlägt F3 und dann auf D4 schlagen, aber das öffnet die Stellung und auf B7 würde dann auch ein Bauer hängen. Damit befasse ich mich also lieber erstmal nicht, sondern versuche mich erstmal zu entwickeln und meine Figurenstellung zu verbessern. Das Problem ist allerdings, dass Niklas ja auch kein Anfänger ist und er wird jetzt versuchen, vielleicht Läufer B1 und Dame D3 zu spielen, damit mir die lange Ruhade ein bisschen schwerer gemacht wird. Das Problem ist auch, dass mein Bauer auf C7 so ein bisschen unter Druck ist und das in vielen Abspielen dann ein bisschen nachteilig für mich ausgehen kann. Aber noch habe ich nicht ruchiert und brauche mir keine Sorgen zu machen, um diese Läufer-Dame-Batterie nach H7. Vielleicht werde ich mal C6 gleich spielen. Ein Zug wie Turm E1 wäre vielleicht ganz hilfreich hier für Weiß. Bin mir auch sicher, dass Niklas gerade alle möglichen Abtausche auf F3 und D4 durchrechnet, was natürlich gut ist, denn es kostet Zeit für ihn. Vielleicht sollte ich hier mal mit Springer H4 überlegen, die Springer abzutauschen. Er will den Turm nach D1 stellen. Prochieren wir einfach erstmal. Mal gucken, was dann passiert. Er wird jetzt Turm auf D1 wahrscheinlich spielen und die Frage ist dann, Läufer E4, das habe ich nicht erwartet. Er behauptet, ich hätte hier eine Schwäche auf C7 und hätte dann ein Problem damit. Aber gut, Turm D8 war vielleicht doch ein bisschen zu vorzeitig vorhin von mir, deswegen ziehe ich den Turm zurück und mache dem anderen Turm Platz, um nach D8 zu kommen. Ein Endspiel natürlich, zum Beispiel nach Turm FD8, der Läufer schlägt E4 und Dame D5, wäre sehr reizvoll für mich, denn positionell stehe ich da schon ganz gut. Das wird Niklas aber natürlich nicht zulassen. Okay, also er behauptet, meine Schwäche auf C7 sei genauso schlimm wie seine Schwäche auf D4. Aber ich habe hier ein Manöver Läufer B4, Läufer A5, um diesen Bauern auf C7 zu decken und dann vielleicht mit Läufer B6 sogar selbst noch weiter Druck zu machen auf den Bauern D4. Er kann natürlich Turm C5 spielen, dann müsste ich die Dame entfernen und dann vielleicht Dame E4 versuchen, die Dame zu zentralisieren. Aber ich könnte nach Turm C5 auch so einen Zug wie Dame B3 mir überlegen, müsste dann aber nur ein bisschen aufpassen, dass die Dame da im feindlichen Lager nicht verlustig geht. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was Niklas so erzählt zu unseren Partien. Das werde ich mir im Nachhinein auf jeden Fall angucken. Jetzt greift er hier schon zu Maßnahmen wie G4. Ich sehe noch nicht, was die Idee ist. Deswegen verkrümle ich mich erstmal. Läufer A3, Turm E8. Wo ist das Problem, Niklas? Jetzt will ich natürlich nach G6 mit dem Läufer, aber das lässt er nicht zu. Jetzt wird der Turm C5 wahrscheinlich spielen und dann die Dame nach E4 versuchen zu stellen. Turm C4. Das ist doch etwas überraschend. Gut, dann gehen wir mal nach D7. Er hat jetzt auch seine Königstellung geschwächt. Der Springer auf F3 hat so ein bisschen an Halt verloren. Aber es ist nicht ganz so einfach für mich, hier irgendwelche Fortschritte zu machen. Aha, er will nach B3 und dann A5 spielen. Läufer B6, Springer B3. Das ist seine Idee. Und dann vielleicht nach C5. Vielleicht wäre es Zeit jetzt zu kontern und so einfach mit Nehmen und Nehmen. Wenn ich das richtig sehe, kann er hier in ein Turmendspiel übergehen. Ja, das sieht relativ remieslich aus, dieses Turmendspiel leider. Wobei, ich habe hier noch einen kleinen Trick. Mit Turm D4 kann ich sämtliche seiner Bauern angreifen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir Niklas ja noch über die Zeit gehoben. Tja, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich kann noch ein bisschen was versuchen. Ich nehme jetzt mal hier und spiele G5 und sage dann, der Bau auf E5 könnte schwach werden. Auf jeden Fall werde ich diese Partie wahrscheinlich nicht verlieren. Aber ob ich sie gewinnen werde, das ist nicht ganz so einfach. So, schneiden wir erstmal den König ab. Wenn, dann müsste ich ihn schon über die Zeit heben. Aber das wollen wir mal. Ja, probieren wir das mal. Also erstmal den König nach vorne. Turm E3, was machst du jetzt? Zurück. Ja gut. 4 gegen 3 ist natürlich auch nicht unbedingt gewonnen für mich. Aber in dieser Stellung habe ich durchaus noch ein paar Ideen. Nämlich könnte ich hier H4 erzwingen oder seine Bauern ein bisschen schwächen. Natürlich das Objektiv Jeremie, aber mit so wenigen Bauern auf dem Brett, mit so wenig Zeit auf dem Brett. Ja, also das ist ja nun eher gewonnen für mich. Gut, also das werden wir nach Hause schaukeln mit dem Zeitvorteil, den wir uns erspielt haben. Also es bleibt vermutlich dabei, Schwarz gewinnt in den Auseinandersetzungen Huschenbeet gegen Zaragatzky. Also eine kleine geglückte Revanche hier und ich würde sagen, ab jetzt nur noch mit Schwarz gegen Niklas Blitzen. Ja, also vielleicht hatte ich hier ein bisschen einen unfairen Vorteil, weil ich mich vorbereitet habe mit Hilfe der Videoserien, die Niklas aufgenommen hat. Also er hat ein ganzes Repertoire für Weiß bei uns auf der Seite online gestellt, auf das ich natürlich Zugriff habe und auch gegen Französisch seine besten Empfehlungen preisgegeben. Und da habe ich mir kurz angeguckt, wie das aussieht mit C4 und ja, das scheint tatsächlich nicht ganz die allergefährlichste Eröffnung zu sein. Nicht die ganz gefährliche Variante gegen drittens Springer C6. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Zug, Springer C6, eine meiner Lieblingswaffen. Das werden einige von euch vielleicht auch schon wissen. Es gibt nicht so viele Spieler, die Springer C6 spielen, aber ich komme einfach nicht davon los, auch wenn man sich inzwischen ganz gut darauf vorbereiten kann. Also die Partie an sich hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass ich da in diesem Turmenspiel dann doch noch gewinnen konnte. Das lag sicherlich auch darin, dass Niklas ein bisschen wenig Zeit hatte, aber Chancen waren die ganze Zeit da und ja, ein bisschen Glück muss man auch haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was der gute Großmeister Huschenbeet, der übrigens gerade in Baltimore sitzt, also in den Vereinigten Staaten, bei dem ist es jetzt sechs Stunden vor unserer Zeit, was der gute Herr Huschenbeet zu erzählen hat zu dieser Partie. Auf jeden Fall ist er gerade erst aufgestanden, ich habe schon einen ganzen harten Arbeitstag hinter mir. Also das als Ausrede für meine doch etwas limitierte Spielführung hier in beiden Partien. Aber gut, ich hoffe, es war für euch halbwegs unterhaltsam und ihr habt einiges mitnehmen können. Und es ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz interessant, die Partiekommentare von beiden Seiten, von beiden Großmeistern, von einem Starken und einem, der sich so ein bisschen durchgefudelt hat zum Titel, sich anzusehen und zu gucken, was dann jeweils erzählt wird und wie der Blick auf die Partie so ungefähr aussieht. Ich werde es auf jeden Fall machen, nicht so sehr mein eigenes Video, sondern das von Niklas. Und ich hoffe, dass ich daraus was lernen kann, denn ich bin immer auf der Suche nach kostenlosem Wissen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Geschwätzblitz. Vielen Dank fürs Zuschauen.